Jetzt würde ich dir eine D nehmen, aber ich möchte gerne eine Handwaffe. Also machen wir mal Hiebwaffen 4. Also ja, ich vergebe hier die Punkte gerade. Fernkampf und Defensiv, Rüstungsgewöhnung, Schildkampf sollten wir dann auch noch lernen. Ein bisschen Falschen wäre nicht verkehrt. Einen Punkt noch hier rein, noch mehr Lebenspunkte sind nie verkehrt. Elf Punkte haben wir noch, also packen wir Falschen noch einen Punkt. Unser Pöre sollte gut falschen können. So, Etikette mit Türen brauchen wir beides nicht. Ich denke, damit sind wir ganz gut. Sprüche haben wir keine, weil wir sind kein Magier. Und Schmieden haben wir so die einfachsten Sachen wie... Wurfmesser könnten wir herstellen. Speere könnten wir keine. Bärenfalle könnten wir auch keine. Wir tragen eine mit uns rum, die werden wir verkaufen. Genauso wie wir den Vorschlag haben und das Messer und werden uns... ...ne gescheite Axt kaufen, erst einmal. Ja. Und ich habe vergessen, mir einen Namen zu geben. Das wollte ich nicht. Jetzt sind wir noch... ...Kluratschsohn von Dingsterbumster. Das ist also nicht so gut. Das heißt, zurück ins Hauptmenü. Ups. Wir könnten weiter. Wir könnten aber auch das Spiel erstmal löschen. Ja. Jetzt habe ich... ...die erste Folge. Ups, sonst. ...Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren... Okay. Also nochmal so. Jetzt gebe ich mir erstmal einen Namen. Das ist... Neuer... ...Sohn des... ...Sohn des... ...Sohn des Durin. Ich bin unkreativ. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder zu den Waffen. Nehmen da alles weg. Hiebwaffen lassen wir auf vier. So. Schleichen. Schlösser knacken kann weg. Schmieden haben wir auch um eins gesenkt. Wir haben zwei Punkte hier rein. Zwergennase. Das ist auch... ...wär auch gar nicht mal verkehrt. Menschenkenntnis auf null. Ich möchte keine so schlechte Menschenkenntnis. So. Genau so hatten wir das. Das ging schnell zum Glück. Und dann rein. Gut. Die Einladung eines alten Freundes. Mein alter Freund und Mentor Arde vom Eberstand hat mich in einem Brief gebeten, ihn so bald wie irgend möglich in Ferdoc aufzusuchen. Fahre ich, habe ich sofort meine sieben Sachen gepackt und mich auf den Weg zu ihm gemacht. Ja. So, hier unten ist unser Wuchtschlag. Gucken wir mal, was haben wir? Die Konsole, die brauchen wir nicht. Ein Charakterbogen. Ja, nehmen wir mal den Vorschlag, haben wir in die Hand. Äh, kann ich den auch wegpacken? Ne. Gut. Dann laufen wir einfach mal. Ja, man sieht, dass wir in die falsche Richtung gehen, weil Ferdoc in der Richtung ist. Und ich mich schon gewundert habe, warum hier lokale Landschaft ist. Okay. Oh, und wir werden schon... Haltet ein. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Im Gespräch mit Leuten kannst du viele Informationen sammeln. Ja, also die Tutorials klicke ich mal weg, die sind nicht so interessant. Haltet ein, ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Gibt es denn ein Problem? Ich bin weit gereist und möchte noch vor Sonnenuntergang im Ferdoc ankommen. Und ob es das... Und ob es eins gibt. Ja, das ist auch noch so ein Unterschied zu am Fluss der Zeit. Nicht alles ist vertont. Also ich muss viel mehr vorlesen. Im Fluss der Zeit war alles vertont. Also wirklich alles. Hier haben sie sich leider die Mühe nicht gemacht. Noch nicht. Ja. Also. Und ob es eins gibt. Erst kommt die Verstärkung nicht und nun ist auch noch Ferdoc geregelt. Das ist obwohl schlimmste Mordbuben diese Gegend unsicher machen. Würde so gerne wissen, was da los ist. Zur Zeit erhalten nur hohe Würnträger und Reisende mit gutem Läumen und einem Passierschein. Das mag ja alles sein, aber ich muss wirklich dringend nach Ferdoc. Möchte diese Einladung des Markgrafen vom Überstamm ausreichen, um einen Passierschein zu erlangen? Ein angesehener Name, aber ohne zwei direkte Fürsprecher habt ihr beim alten Nandor wenig Aussicht auf Erfolg. Er ist der Zölner, der den Wegposten zu bewachen hat. Es unterliegt allein seiner Verantwortung, wer eine Weiterreise nach Ferdoc genehmigt bekommt. Dann werde ich mich zugleich um zwei Fürsprecher bemühen und beim Zölner vorstellig werden. Danke für eure Auskünfte, Feldwebe. Gesagt, kann ich euch noch einige Fragen stellen? Na, sicher, fragt nur. Könnt ihr mir vielleicht jemanden nennen, der als Leumundszeug in Frage käme? Hm, vielleicht schon. Oh, und da kam vor einiger Zeit so ein alter Zause vorbei. Brimborium oder Randorium oder so ähnlich. Er hatte zwei junge Burschen im Schlepp, die dümmer waren als Seelämmer Sauerteig. Seelämmer Sauerteig. Trotz allem hat er irgendwie einen bedeutsamen Eindruck gemacht. Wichtig, dahergeredet hat er auch. Vielleicht kann er euch helfen. Warum sollte mir ausgerechnet dieser Kerl helfen können? Wo finde ich ihn? Naja, er hatte einen Wisch aus Garef dabei, von höchster Stelle und so weiter. Da auf jeden Fall ist er weiter zum scharfen Schwert, dem hiesigen Gasthaus. Wenn er nicht schon weitergereist ist, müsstet ihr ihn dort, müsstet ihr ihn eigentlich dort antreffen. Da kann ich euch noch einige Fragen stellen. Dann fragt nur. Ja, okay, da sagt er mir nur dasselbe. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Ja, eine Kleinigkeit wäre noch. Wenn ihr euch was verdienen wollt, könnt ihr uns bei der Jagd nach diesem wörderischen Halle und Munde die Arme greifen. Nando hat die Zollkasse geöffnet und ein Kopfgeld von zwei Silbertaler für jedes Abzeigen von dieser Geigenviertel ausgesetzt. Kann ich noch eine Frage stellen? Na, sicher, fragt nur. Erzählt mir mehr über die Mordbande, die ihr im Wesen treibt. Hm, was soll ich sagen? Strauch die Begabe ist im Dunkelnwald ja schon immer. Aber diese Burschen sind anders. Sie nehmen nicht nur das Geld der Leute, sondern schneiden ihnen zum Dank auch noch die Kehlen durch. Das ist blutrünstiges Lumpenpack, wie es im Buche steht. Hätte ich genug Männer, würde ich denen nur allzu gerne das Handwerk legen. Aber ohne Verstärkung wird daraus wohl nichts. Nochmals Dank für die Auskünfte auf Baldfeldwebel. Ja, Tagebuch. Fände zwei Führersprecher. Ferdocke ist abgeregelt. Nur hohe Würdenträger und Reisende mit gutem Läumen und bekommt zur Zeit einen Passierstein für die Stadt. Ich muss also einen Weg finden, vom hiesigen Zöllner nach Ferdocke durchgelassen zu werden. Laut dem Feldwebel brauche ich zwei wichtige Führersprecher, die mir das Vertrauen aussprechen. Sonst war die ganze Reise vergebens. Gut. Da steht ein Gardist. Hat der was zu sagen? Gardist Kampmann, seit einer längeren Zeit nimmt die Raubüberfälle in Kosch zu. Das liegt wohl daran, dass im letzten Krieg so viele Soldaten und Geweihte gestorben sind. Okay, also es war Krieg vor kurzem, so wie es aussieht. Abseits von Wegen wachsen wertvolle Pflanzen und Kräuter. Gibt es eine Taste zum Hervorheben? Vorwärts, Weltkarte. Infoanzeigen. Ah, sehe ich jetzt nichts. Ja, das bin ich gerade gewesen. Ja, reisende Elkeseig. Ich will jetzt eigentlich wieder nach Ferdocke. Geh nochmal herum, frage, ob jemand weiß, was es weitergeht. Fummann Hotweg. Herr, ich habe noch einmal herumgefragt. Niemand weiß etwas. Reisende Elkeseig. Dann fragst du eben nochmal, du hielst in der Nächsten. Da wird schon gewiss, Herr, ich eile. Ja, seit einiger Zeit nehmen die Raubweber von dem Kosch zu. Okay, das sagt nichts Neues. Wisst ihr, dass seit einiger Zeit ein grimmiger Bär die Gegend unsicher macht? Zu keinem Dorf soll er schon gewesen sein. Also, du siehst wichtig aus, so wie es aussieht. Wisst ihr, dass seit einiger Zeit... Ja, okay, du sagst nichts Neues. Das war ja aber wieder eine prima Idee. Das war ja wieder eine prima Idee, Halma. Lass uns doch meine Familie im Ferdocke besuchen. Das wird dir bestimmt gefallen. Und jetzt stehen wir hier wie dumm in der Landschaft. Machst du dir überhaupt einmal irgendwas einen Kopf? Ja, was ja. Schick dich bloß nicht an, deswegen etwas zu unternehmen. Das wäre ja zu viel verlangt von den Herren. Hast du eigentlich mal jemanden gefragt, wann es endlich weitergeht? Ja, Liebling. Es ist immer dasselbe mit dir. Meine Mutter hat dich damals doch so... Damals sofort durchschaut und mich vor dir gewarnt. Aber ich wollte ja nicht hören. Jetzt habe ich den Salat. Zöde, Bliege. Was? Was war das? Glaub ich ja nicht, dass ich nicht merke, wenn du hinter meinem Rücken Faxen machst. Tu lieber einmal etwas nützliches und sorg dafür, dass wir endlich weiterkommen. Ja, Liebes. Weißt du, wann es hier mal weitergeht? Woher soll ich das denn wissen, Gerold? Wir sitzen doch beide hier schon seit Stunden herum und schütten Bier in unsere Köpfe. Ja, und hier ist noch ein Gardist und Gaukler. Oh, ob wir hier was erreichen. Oh, eine Alchemistin wäre hier auch noch. Also, ob wir hier auf dem Jahrmarkt... Ja, Umgebungskarte, die kennen wir. Großartig fündig werden, ist eine gute Frage. Mit dem Reisenden haben wir schon geredet. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr bestohlen wurdet, aber mir sind die Hände gebunden. Aber es ist ein altes Erbstück. Und ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ich würde ja gern, aber ich habe strikte Befehle. Unverschämtheit. Immerhin steht hier keine dahergelaufene Schrankmarkt vor euch, sondern meine Schwester Salina, die Gauklerkönigin. Spielt euch hier nicht so auf, kleiner Mann. Ich gehe und erstatte Feldwebel Erlandbericht. Aber nur der Dame zuliebe. Ja, hier scheint die Stadtwache irgendwelche Probleme zu haben. Tut mir leid, aber ich muss... Tut mir leid, aber ich muss patrouillieren. Oh, er redet sogar. Kann ich euch kurz etwas fragen, bitte? Nun, es wird ja hoffentlich nicht zu angetauren. Habt ihr eine Idee, weshalb die Verstärkung aus Fertung ausgeblieben ist? Um ehrlich zu sein, nicht die geringste. Ich kann nur so viel sagen. Wenn die oberste Wachfrau von Verdok ihre eigenen Leute zurückhält, muss es einen sehr ernsten Grund geben. Angehabt durch Wohl. Nun, wir können mit der Alchemistin reden. Auralia, die kennen wir auch aus dem ersten Teil. Da war sie nämlich auch Alchemiehändlerin. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Nur, dass sie nicht so alt war wie jetzt. Also, es sind wirklich viele Jahre vergangen. Sie war um einiges jünger im Anfluss der Zeit. Was kann ich bei euch erlernen? Äh, Alchemie, Pflanzenkunde, Balsam, Balsunder. Also, ja. Nichts, was uns gerade was bringt. Vor allem, weil wir nichts hier brauchen von. Ja, ich würde gerne eher dein Angebot sehen. Okay, du verkaufst Wundpulver, Waffen, Balsam, Einbeersaftrezept ist wichtig. Das Messer ist gerade mal für ein Fehler, wer die Bärenfalle ist. Aber gut, was wird auf jeden Fall. Und ja, soweit ich weiß, ist das Geld hier in Zehner Schritten. Also, zehn Heeler ist ein Silber. Zehn Silber ist eine Dukate, nicht anders. Aber im Augenblick will ich nicht handeln. Okay. Ob uns die Gaukler helfen können, ist eine gute Frage. Können wir uns aus ihrem Topf bedienen? Auf jeden Fall gab es schon mal eine Cutscene, die uns vielleicht helfen könnte. Nun, mit wem vorbeim reden wir. Reden wir mit einer netten Dame lieber. Ihr Bruder macht nämlich einen ruppigeren Eindruck. Ja, bitte. Ich bin Brenno, ihr Sohn des Durin, auf der Durchsreise nach Ferdog. Ich habe jetzt so vielleicht euer Gespräch mit der Waffe verfolgt. Mein Name ist Brenno, ihr Sohn des Durin. Ich suche zwei Läumdungszahlen für die Weiterreise nach Ferdog. Habt ihr eine Idee, wie ihr mit der Weiterhilfe könnte? Dürfte ich euch etwas anderes fragen, Salina? Ja, das hat er so laut umgeschrien, dass es alle wissen. Also, wie sie heißt, nichts, entschuldige mich, ich muss dringend weiter. Nehmen wir mal das Erste. Ach, dann wisst ihr ja, dass ich bestohlen wurde. Ein wertvolles Diadem war es ein Familienerbstück. Das ist hier höchst bedauerlich. Habt ihr denn irgendeinen Verdacht, wer als Täter in Frage kommen würde? Hm, nun, es war wohl. Sag es doch einfach, Schwesterchen. Dranor war es, dein geliebter Dranor. Hamlock, du alte Wetterkrierer, dich gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraus. Wenn du immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme im Leben.